Jetzt zum nächsten Interpreten. Schauspieler ist sein Beruf, Musik sein Hobby, mal Mime, mal Musiker. Beides zusammen durfte er sein, kürzlich in der ZDF-Serie Ein Fall für Zwei. Da spielte er einen Bandleader und hat gleichzeitig sein neuestes Lied vorgestellt. Ein wunderbarer Titel, Irgendwann. Hier ist im Dienste der ARD-Fernsehlotterie Volker Lechtenbrink. Ich hab schon viel Mist gebaut, zerschlug viel Porzellan, hab immer aller Welt misstrakt, ließ keinen an mich ran. Du hast lang darauf vertraut, dass ich zu ändern bin, der Selbstzerstörung zugeschafft und suchtest nach dem Sinn. Der allerschlimmste Feind für mich bin ich. Ich hab stets auf mich gezielt, getroffen, hab ich letztlich dich doch. Irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann. Irgendwann siehst du, dass ich mich doch ändern kann. Und wir fangen dann noch einmal von vorne an. Der allerschlimmste Feind für mich bin ich. Ich hab stets auf mich gezielt, getroffen, hab ich letztlich dich doch. Irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann. Irgendwann siehst du, dass ich mich doch ändern kann. Und wir fangen dann noch einmal von vorne an. Irgendwann siehst du, dass ich mich doch ändern kann. Irgendwann fangen wir wieder von Anfang an, weil man doch zusammen so nicht enden kann. Irgendwann, ich bin ganz sicher, sagst du dann, du bist auch für mich der einzige richtige Mann. Irgendwann fangen wir wieder von Anfang an. two cooper da